Um mit dem Feldsanitäter von Rang 7 auf Rang 8 zu kommen, müssen wir 50 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 10 Gegner töten ohne zu sterben, 2 Gegner in weniger als 10 Sekunden mit Sprengstoff und 2 Gegner in weniger als 20 Sekunden im Nahkampf. Das ist easy! Sprengstoff kriegen wir hin und alles andere kriegen wir auch hin. Denn wir sind die Besten. Das sind Ghosts. Ui, guck mal, da sind 5. Wie weit kann ich werfen? Ah, nicht weit genug. So weit? Ja. Genau. Ach Mist! Ja, toll. Ich habe keine Munition mehr, scheiße. Ist schlecht, keine Munition mehr zu haben. Vorne ist ein Biwak. Gehen wir da hin. Gleich. Hallo, wo bist du? Kommt da. Ist da noch eine? Nein. Das ist keine Munition mehr, sag mal. Ich habe Glück sind Pistolen auch Feuerwaffen. Und drohen auch Gegner. Da schnappen wir uns den Buggy und fahren zum Biwak da vorne. Und setzen uns mal kurz hin, um die Munition noch mal aufzufüllen. Oh ja, komm, als würde so eine leichte Brandung in einem Buggy was ausmachen. Ich meine, ein Buggy ist für sowas gemacht. Ich habe wieder Munition dafür eingesammelt. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel. So. Ab zu Biwak. Kurz hinsetzen und wieder aufstehen. Gerade noch gucken, nochmal Granate nachfüllen. Und spritzen. So. Gut. Sofort aufbrechen. So, und dann mache ich hier mal den Schalldämpfer nochmal auf die Knifte. So. Gut. Gut, gut. Und jetzt? Wohnanlage Riegel. Ja, können wir machen. Und dann zum J-Scale-Kontrollzentrum, wenn wir es noch müssen. Danach. Müssen allerdings erst mal da hochkommen. Immer diese komischen Alpha-Wände bei den Felsen. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Schon wieder? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich war doch gerade erst am Biwak. Ich muss unbedingt den Skill aktivieren, dafür weniger Ausdauerverbrauch. Ich habe schon extra den Skill gelernt, dass sich die Ausdauer schneller, schneller regeneriert. Wir hatten zwischendurch ja auch ein paar Level-Ups. Also müsste ich das eigentlich einstellen können. Ja, ich gucke mal gerade. Wenn ich den Skill gerade finde, sagen wir so. Ich weiß auch nicht genau, wo der ist. Das da war normale Ausdauer. Das war die Ausdauerregeneration, meine ich. Ansonsten. Gibt es keinen Skill dafür? Ne? Na gut, dann nehmen wir eben... Keine Ahnung. Was könnte ich denn noch nehmen? Spezialobjekt-Träger. Konvoi-Aufwertung. Ich brauche ja eigentlich nichts davon, so wirklich, ne? Ja, komm, mach mal da. Ach nee, komm, lass mal. Lassen wir... Oh, ich habe vier. Da gibt es was Nützliches. Hier. Und dann kann ich hier zusätzlich noch Sensor-Hack auswählen. So, gut. So, da haben wir eine Drohne. Drohne ist abgestürzt. So, was müssen wir machen? Sehen Gegner ohne zu sterben. Und immer noch die Sprengstoff-Gegner. Oh Gott. Wie viele sind das denn da hinten? Zwei oder einer? Setz mich mal in den Rosenbusch. Das sind zwei, alles klar. Ich sehe nicht, wo ich hinwerfe. Nichts zu sehen. Bei mir ist es auch ruhig. Ich habe gestern gehört, wie der Funker mit einem geredet hat. Anscheinend geht auf der Insel die totale Scheiße ab. Nicht gut. So, das waren sogar zwei gleichzeitig. So, zehn Gegner ohne zu sterben und zwei Gegner. Mit Sprengstoffen weniger als zehn Sekunden. Dann fehlen uns jetzt noch zwei Gegner in weniger als 20 Sekunden im Nahkampf und dann noch das übliche Killgrinden. So, ich schnapp mir schon mal eine Dingens-Darblend-Granate. Und suche mir. Guck mal. Kann ich die Blendgranate soweit werfen? Nee, ne? Hoffentlich kommt der Eingreif-Trupp nicht mit Heli. So. Jetzt da mal. Nummer eins. Nummer zwei. Haha. Das waren die. Und jetzt nur noch Kills-Krinden. Oh, shit. Huiuiui. Nein. Schleich dich nicht so an. Jetzt wird wieder hart verletzt. Aber ich kämpfe bis zum letzten. Ei, ei, ei. Jetzt wurde leer. Das letzte könnte allerdings früher sein, als mir lieb ist. Tony wurde getroffen. Er ist tot. Ganz genau. Tony ist tot. Und ich auch. Vater meines besten Schulfreundes aus alten Zeiten heißt auch Tony. Der einzige Tony, den ich kenne. Sonst kenne ich keinen Tony. Ich kenne aber auch nur einen Roberto. und so weiter. Zwei Björns. Gut. 35 Gegner. Kein Ding. Kein Gegner. Schade. Die Dinger, die sollen doch auch die Lebensenergie erhöhen. Die machen doch wie... Also eigentlich erhöhen die die Lebensenergie auf... Also im PvP zumindest. Auf vier Balken, glaube ich. Wenn man nicht schon vier Balken hat. Ich halte weiter Ausschau, aber ich glaube, hier ist nichts. Seh ich anders? Hä? Hä? Habt ihr das auch gehört? Ja, guck gegen... Guck die Wand an. Während du guckst, ob... Während du guckst, ob da was ist. Hier bei mir ist nichts zu sehen. Ja, das... Da ist nichts zu sehen. Das liegt daran, dass ich ein Geist bin. So. Funker zuerst. Nein, Magazin leer. So im Fall wäre es... Besser, wenn ich die Pistole da nehmen würde, ne? Aber hey... Gut, ich glaube, das waren alle Gegner hier, ne? Ich hoffe, mir geht nicht gleich wieder die Munition aus. Das ist nämlich gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, was einen trifft. Ja, was einen trifft. So. Da bremsen kann das Ding auch nicht, ne? Reifen aus Eis. Nur Zivilisten da oben, alles klar. Ich mach' ja einen auf Rambo. Ich bin der Rambo-Medic. Ich mach' auch. Was hat er? Runter, wie während erledigt. Das ging mit einer觀眾 in ! Geht doch. noch jemand ohne fahrschein da oben ja noch 17 15 ich habe dich gesehen da oben dich habe ich nicht gesehen macht aber nichts weichen wir mal aus und fallen in die flanke wenn es geht natürlich nur wenn es nicht geht kann ich auch nichts machen jetzt geht halt geht es halt nicht du mich aber nicht das ist dein pech 12 wo haben wir noch ich glaube da oben auf dem dach dürfte noch irgendwo noch so ein raketen fuzzi sein ich weiß aber nicht wo da da ist ein baum der macht nur yoga tue ich das ich habe einen von uns erwischt ja einen genau zählen ist nicht so die stärke von sentinel wo bist du mein sonnenlicht der ist auf dem dach mir sogar egal ich komme jetzt von links da rechnet keiner mit von links hinten ja das ist so ein sportwagen in dem ich einen oder ein ähnlicher zumindest schnell sanitätsdrohne chest compressions chest compressions chest compressions gut die müssten ja jetzt denken dass ich tot bin man der hat mich doch gerade erschossen ich drücke doch vor sag mal du sollst da in deckung gehen ich drücke nach vorne um mich da hinzudrehen und er humpelt einfach weiter in die vorherige richtung meine güte wenn es was gibt was ich wirklich an spielen hasse ist wenn die spielfigur oder generell das team nicht das macht was ich sage so jetzt kann ich mich fertig verarsten noch sieben gegner und dann haben wir es oh der hat aber hässlich da geparkt soll man nachladen und dann rein ich bin so dumm doch doch danke ich brauche noch sechs gegner hier drin jemand nein da draußen habe ich aber eben den drum marschieren gehört auch fünf gegner da habe ich jemanden rum labern gehört da wäre alles ruhig konzentriert euch das hier ist kein kaffeekränzchen was kein kaffeekränzchen war kein geräusch schau mal eben nach was das war nicht näher nein die sind so dumm okay aber ich glaube das war alles was es hier an gegnern gibt gut ich meine noch eine patrouille eine vierer patrouille und dann haben wir es was kann da nicht drüber geht mal gucken da unten wird es wohl keine patrouille geben auch schon haben wir uns den sportwagen und dann düsen wir mal runter irgendwo wird es ja noch eine patrouille geben ein boson ist das was ich den der fahrzeug den ich geschenkt bekommen habe ja aber das ding steuert sich genauso wie ein boson ich glaube es ist ein boson aber da vorne die die lufteinlässe sind waren wir nicht bekannt da haben wir alles geklärt ähm patrouille sind zwar nur drei aber hey so noch einer ah guck mal da kommt er ich darf den jetzt nicht anschießen sonst ist das gilt dafür die nächste herausforderung aber wir sind Rang 8 und das ist nice und dann jawoll dann geht es in der nächsten folge weiter mit Stufe 9 du wirst doch mal freuen ich freue mich auf dich wir sehen uns